Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir auf einem Server. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich habe mir auf dem bestimmten Server VIP-Rechte geholt. Auf Skywars und Eggwars. Skywars wollen wir heute spielen. Und wir spielen auf dem Q-Craft-Server. Heute spielen wir mal nur Skywars. Nichts anderes. Wir können auch mal ein bisschen was anderes machen. Vielleicht spielen wir viele Runden Skywars und dann nochmal eine Runde Eggwars. So, los geht's. Skywars hier. Ich kann auch mal zeigen. Ich habe hier auch so einen Mini-Router, ne? Praktisch. So. Solo. Maps-Late. Oh, das ist offline. Ich kann mir jetzt auch Maps auswählen. Mushroom. Jetzt kann ich auf Abstimmung und Overpowered stimmen. So. Run. 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 abbauen so nämlich mit diesem overpowered hat man sehr gute sachen hier rüstung ist ja fast die stärkste rüstung im spiel also hier bestimmt auf dem server schon das nehme ich mit nur rüber aufpassen hier auf dem server druckplatte druckplatte weg schnell hier stein 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 ich habe jetzt trockplatte weggemacht ist tnt das könnte man eigentlich stehen lassen hier drunter ist ja auch noch was man hier die druckplatte drauf hier alles weg so ich ziehe mir erst mal hier schutz ja ich nehme schutz kraft 2 kraft 2 nehmen wir dann noch eine spitzhacke was gibt es hier ohne in der perl in der perl ganz wichtig schutz 2 schutz 2 schutz 2 schutz 1 ja what day okay ich bin tot i'm dead i'm dead i'm dead i'm dead i'm dead i'm dead problem und doch noch luten so und jetzt bin ich bereit für den kampf oh mich auch mal treffen würde hallo so freunde oh sch warum zieht er mich schon wer gewinnt wer gewinnt ich oder sie stimmt auf in den kommentern oh zu fehlen ich habe gewonnen so noch eine runde na gut ich habe ja overpowered wird auch wenn ich sterben werde oder verlieren werde das nicht schlimm immerhin macht es spaß so so test looten ganz schwerer fehlerische blöcke hier erst mal hier zu bauen und verstecken denn man hört ja manchmal wenn jemand dann die blöcke so hallo hey nein unfair warum schlage ich mit meinem apfel ok sie wird gewinnen oder nein ich habe zu spät gefressen haha egal ok wie machen wir es eine kiste okay hmm mh 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 t mh Oh nein, er geht jetzt schon in die Mitte. Nein, ich will, ich will als erstes! Nein, ich will als erstes! Du darfst niemals! Danke, tschüss! Was will ich schnell machen? Oh, schade! Oh, schade! Hey, nicht mehr! Okay, er wird gewinnen, oder? Er wird segen! Doch nicht, doch nicht, doch nicht! Er wird abstauben! Schön weg! Schön weg! Der ist doch nie! Ich baue nichts aus der Fackel! Egal, weiter looten! Geh weg! Geh weg! Attacke! Nein, 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 nein! Schwerster Fehler ever! Schwester Fehler ever! Schwester Fehler ever! Schwester Fehler ever! Ich hätte ihn bekommen, wenn diese Wand nicht wäre! Hallo? So! So! Man muss das immer freischlagen! Mag ich nicht! Weil hier keine absch- Hi! Hey, das ist unfair! Ich bin, glaube ich, früher rausgekommen als die anderen! So! 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 Machen wir hier so ein Loch rein! Vielleicht klappt's ja beim anderen, ein oder anderen! Du gehst ja beim anderen! So! Hier! Will jemand zu mir? Ich bin hier unten! So! Und hier schlage ich ihn doch! Oh, ne. Nur dunkel. Besser. Hier. Er kommt rüber. Er will. Fuck, her ab. Was ist hier? Das soll ich auch was sehen. Voll. Willst du? Nein. Na? Ey, nein. Nö, da mach ich nicht mit. Nein. Du darfst sie nicht. Toll für dich. Darf sie aber nicht. Hi. Oh. Er will mich richtig ersticken. In Sand. Tschüss. Wäre es lieber in meine Falle gegangen. Bis dann aber doch nicht, ne? Das war nicht mehr nett, dass der verletzt. Bau, bau, bloß nicht mit dem Sand. Bumm. Aber hier schon auf der Insel. Und die hier runter. Ja, das brauch ich nicht. So, so. Schon alles zubauen. Dass hier niemand hochkommen will. Weil ihr alle Angst habt. So, Ender Pearl. Gut. Wo ist denn der andere? Da unten, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der ist hier und dann zu oben. Jetzt muss ich grad nochmal hier. Oh. Hätte ich nicht von dir erwartet, ne? Oh, ja. Oh, nee. Oh, nee. Warum habe ich die? Ah. Ja, 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 ja. Ich hatte ein halbes Herz. Ja. Oh mein Gott. Ah. Komm. Noch eine Runde Skywars Chaos. Gefängnis. Durch kommen die Leute schnell. Hallo. Ne. Ich muss, ähm. Was anders machen. Ich muss hier. Map Selector. Ach, spielt überhaupt jemand? Guck mal. Guck mal zu spielen. Warum seh ich denn keine? Seht ihr den auch da unten? Guck mal. Hi. Bist ein Admin oder so? Oh. Oder Baxe da unten fällt. Guck der mich an. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ganz bestimmt nicht. Bleib nur zur Sicherheit hier mal stehen. Und jetzt. Ich bin so cool. Oh, mein Gott. Alles klar. Das war so cool. Bei mir. Ich bin so cool. Ich bin jetzt klar. Check. Was klotzt du da unten? Oh ne, da klotzt andere an. Alle Kissen, alle Kissen. Alle Kissen. Ja, okay. Hoch, hoch, hoch. Zubauen mit Obsidian. Wo ist noch ne Lücke? Hier. So. So. Oh, er explodierte. Oh, der, hä? Ah, da drüben bist du. Hihihihi. So. Der Bohrbogen reicht. Ihn auslöschen zu wollen. Nein, es ist unfair, er hat ein Explosivenbogen. Au. Warum triffst du immer? Ich hab' Angst, dass einer hinter mir kommt. Ja. Was? Nicht sehr schlau. Nicht sehr schlau. Ja. So, wo ist denn der andere jetzt? Nicht sehr schlau. Hallo. Hallo. Wo bist du? Ich will vielleicht Eggwurst oder so machen. Hallo. Weißt du, so ein Camper? Mag ich nicht. So, Eggwurst. So, und rüber da. Golf, Robotik. Ich mach' Robotik. Overpowered. Da hat auch jemand für Overpowered. Mann, man hat auch starke Gegner. Ne, starke, starke Gegner. Drei für Overpowered? Wie viele haben denn VIP? Happy? Haha. Eins. Zehn. So, rüber. Kann ich hier mein Item bauen? Meine Schatztruhe. Manchmal geht es nicht. Manchmal geht es nicht. Weil der Name halt im Weg steht. So, so geht es auch. Rennen wir dich ab. Rennen wir dich ab. Mit zwei Iron Spawner ist es viel ungenehmer zu spielen. So. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Oh. 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 es dauert etwas länger schnell 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 da ist gar nichts schnell wieder zurück hätte ich einfach nur gewartet hey macht ihr denn es können nur fünf auf einmal das ok zu ihm oder ich wusste gar nicht dass du hier so weg gerannt bist hey nein 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 und wie kannst du denn schon so was leisten ach und jetzt hast du noch meine dias geklaut kleiner hund nee nee ehrenlos wir werden uns wiedersehen sag dir wir werden uns wiedersehen wenn ich erstmal genug dias hat dann bist du völlig oder du bist siehst du okay siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du okay wenn euch das video gefahren hat lasst ein like da ein abo und schreibt in die kommentare was ich als nächstes machen soll tschüss tschüss